Leute, ich stehe hier bestimmt schon eine ganze Viertelstunde hier rum und diese Sonne, die geht ständig weg. Ich nur vielleicht ganz minimal, ganz kurz da und auch so richtig schwach. Und dann versteckt sie sich schon wieder hinter diesen ganzen Scheißwolken da drüben. Die Wolken müssen weg. Ich muss mich aufwärmen. Mir ist immer noch kalt. Und ich will, ich will pennen. Ich muss Schlaf nachholen. Ich kann nicht schlafen, wenn mir zu kalt ist. Solange ich warte, bis diese versiffte Sonne vernünftig scheint, werde ich hier so ein bisschen das hier fressen. Das schmeckt voll bitter. Diese Kleeblattpapiere, die schmecken extrem süßlich. Wie so eine kleine Süßigkeit. Mir ist immer noch kalt, weil diese ganzen Wolken da die ganze Zeit im Weg standen. Und jetzt kommt die Sonne endlich so ein bisschen raus. Und ich habe so lange gewartet, dass die Sonne mittlerweile da unten scheint. Deswegen gehe ich da unten hin. So, ich bin von da oben genau hierher gekommen. Das heißt, ich kann beginnen, mich endlich mal aufzuwärmen. Zuerst mal. So, ich habe mich jetzt genug aufgewärmt. Und jetzt lege ich mich schon wieder pennen. Für die nächsten ein bis zwei Stunden. Und ein bisschen Schlaf nachholen. Weil die Nacht viel zu frostig war.